Studio 21 A2 Das Deutschbuch Kursbuch CD 1 Übung 2a Hallo Nora, wo bist du denn? Der Yoga-Kurs beginnt gleich. Ich warte schon eine halbe Stunde hier vor dem Studio. Oh, tut mir leid, Johann. Das habe ich völlig vergessen. Wir haben heute so viel Arbeit im Büro. Ich muss leider absagen. Übung 1c Hallo, kannst du dich kurz vorstellen, bitte? Hallo, ich heiße Gabriela Calderari und ich komme aus Italien. Und woher genau? Ich bin in Palermo geboren, aber ich habe auch in Udine und in Bologna gewohnt, wo ich studiere habe. Was hast du denn studiert? Jura Und warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil mein Freund Deutscher ist. Ich habe ihn in Spanien kennengelernt, als ich ein Austauschprogramm gemacht habe. Seit wann und wo lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch seit zwei Jahren und ich habe am Anfang einen Kurs in Bologna besucht, an der Universität. Und dann habe ich in München zwei intensive Kurse gemacht am Sprachen- und Dolmenz-Institut. Was findest du schön an der deutschen Sprache? Die Sprache hat mir immer gefallen und ich finde sie fantasierreich und Deutsch lernen ist für mich eine Herausforderung. Was ist für dich schwer an Deutsch? Deutsch ist eine schwere Sprache, aber man hat auch Erfolg und das ist ein ehrliches Gefühl. Was gefällt dir an Deutschland? Mir gefällt die moralische Offenheit und dass die Leute direkter sind. Vermisst du etwas hier? Ja, ich vermisse die Sonne und die Spontanität der Leute. Übung 1a Ich heiße Marina Rejkova und ich komme aus Bulgarien. Ich habe im Gymnasium Deutsch gelernt. In der Klasse 8 hatten wir alle Fächer in der Fremdsprache Deutsch. Das hat Spaß gemacht und ich habe in dem Jahr sehr viel und intensiv gelernt. Aber ich habe wenig Kontakt zu Deutschen. Mein Ziel? Für eine deutsche Firma in Sofia arbeiten. Hallo, ich bin Glauco Vazfeijo aus Brasilien. Ich habe im Goethe-Institut Deutsch gelernt. Am schwersten war am Anfang die Aussprache, Deutsch klingt so hart. Aber der Unterricht hat Spaß gemacht. Seit zwei Jahren arbeite ich bei VW in Sao Paulo. Deutsch ist vielleicht ein Plus für die Karriere. Im November mache ich den B1-Test. Mein Name ist Vangelis Kukidis. Ich komme aus Griechenland. Ich habe in Athen studiert und in einem Spracheninstitut Deutsch gelernt. Mit zwölf Jahren habe ich angefangen. Später habe ich ein Praktikum in einem Literaturverlag in Berlin gemacht. Ich mag die deutsche Literatur. Und die Autoren Heinrich Böll und Günter Grass ganz besonders. Übung 5a Radio University Intelligente Cassette Traditionel Cigarette Kamera Radio Intelligent Universite Traditionel Cigarette Intelligente Política Traditionel Traditionel Política Traditionel Política Política Universite Política Polítique Cigarette Interessante Interessante Intelligent Cigarette Universiteit Intelligent Cassette Camara Universidad Interessant Cassette Camara Interessant 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 Cigarette Interessant Cigarette 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 Er hat Er hat eine Zuckertüte Man bekommt sie am ersten Schultag Das ist eine alte Tradition In der Tüte sind viele Süßigkeiten Übung 11 Büro Bild Bruder In meinem Büro steht ein Bild von meinem Bruder. Meine Mutter Mit Maximilian Mika Hier ist meine Mutter mit Maximilian und Mika. Wem? Wollen 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 Wochenende Wandern Mit wem wollen wir am Wochenende wandern gehen? Bratwurst Brötchen Weißwurst Weißbrot Weißbier Mein Bruder mag Bratwurst mit Brötchen oder Weißwurst mit Weißbrot und Weißbier. Übung 5 Freiburg. Das vermisste Au-pair-Mädchen Mari M. ist wieder aufgetaucht. Sie hat sich gestern bei der Polizei in Offenburg gemeldet. Die junge Frau hat den Bericht in der Freiburger Zeitung gelesen und war schockiert. Sie hat erzählt, dass sie krank war und in Offenburg eine Woche lang bei einer Freundin aus Georgien gewohnt hat. Sie hat gesagt, dass sie sich entschuldigt. Sie freut sich auf die Rückkehr zu ihrer Gastfamilie. Übung 3a Morgen Felix. Na, bist du wieder hier? Wie war der Urlaub? Leider zu kurz, wie immer. Aber Berlin hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gehört, dass du mit deiner Freundin da warst. Ja, stimmt. Samira und ich waren zusammen in Berlin. Und? Wie ist Berlin so? Was habt ihr gemacht? Zuerst habe ich eine Stadtbesichtigung mit der Linie 100 gemacht. Dann war ich in der Nationalgalerie und auf dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Das war toll. Aber leider war ich allein dort. Meine Freundin war ja beruflich in Berlin. Ach ja? Was hat sie denn dort gemacht? Sie war auf der Con-Hit. Das ist eine große Messe zum Thema IT im Gesundheitswesen. Das ist ja interessant. Was macht denn Samira beruflich? Sie arbeitet in einem großen Krankenhaus in der Verwaltung. Übung 1b Guten Tag. Ich hätte gern zwei Fahrkarten von Berlin Hauptbahnhof nach Amsterdam. Hin und zurück? Ja. Hin am 23. August, ab 6.30 Uhr und zurück am 25. August, so gegen 13 Uhr. Haben Sie eine Bahncard? Ja, Bahncard 25, zweite Klasse. Hier bitte. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? Mit Kreditkarte. So, einen Moment. Das ist Ihre Verbindung. Sie fahren um 6.49 Uhr ab Berlin Hauptbahnhof. In Hannover müssen Sie umsteigen, aber Sie haben zwölf Minuten Zeit. Der Zug fährt um 8.40 Uhr in Hannover ab und ist um 12.59 Uhr planmäßig in Amsterdam. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Und die Rückfahrt? Die Rückfahrt geht auch über Hannover. Abfahrt in Amsterdam ist um 13.01 Uhr. Ankunft in Hannover dann um 17.18 Uhr. Sie haben 13 Minuten Umsteigezeit. Der Zug nach Berlin fährt um 17.31 Uhr und kommt um 19.07 Uhr in Berlin an. Soll ich Sitzplätze reservieren? Nein, danke. Was kosten denn die Fahrkarten? 184,80 Euro pro Person. Soll ich die Verbindung ausdrucken? Ja, bitte. Hier, bitteschön und gute Reise. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Übung 2a Reisebüro Weller, mein Name ist Katharina Straube. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Jan Burmeister. Ich brauche zwei Flugtickets für den 3. Mai mittags von Frankfurt am Main nach Amsterdam. Und am 5. Mai abends zurück. Geht das? Ähm, Moment bitte. Ja, das geht. Abflug am 3. Mai um 11.45 Uhr ab Frankfurt am Main. Dann sind Sie um 12.55 Uhr in Amsterdam. Der Rückflug ist am 5. Mai um 18.50 Uhr ab Amsterdam. Mit Ankunft in Frankfurt am Main um 20 Uhr. Was kosten die Tickets? 129,18 Euro pro Person. Also 258,36 Euro zusammen. Soll ich den Flug buchen? Ja, bitte. Auf welchen Namen denn? Anna und Jan Burmeister. Moment, ich buchstabiere. B-U-R-M. Übung 7 Die Reise Reservieren In Süddeutschland Nach Salzburg Lesen Eine Person Eine Person St. Gallen Erste Klasse Aussteigen Die Straße Die Straße Der Bus Der Bus Der Kuss Die Autos Der Fußweg Der Fußweg Die Zeit Die Zeit Barzahlen Rechts Eine Platzkarte Eine Platzkarte Der Zug Die Notiz Zwei Tickets Nach Luzern Nach Luzern Ganz weit Ein Sitzplatz Übung 8 Kann ich einen Sitzplatz reservieren? Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Ich hätte gern zwei Tickets. Erste Klasse, bitte. Zahlen Sie bar? Wann geht der nächste Zug nach Luzern? Moment, ich notiere die Abfahrtszeit. Tut mir leid, Sie sind zu spät. Der Zug ist weg. Übung 3 Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso? Kaffee, bitte. Normal oder koffeinfrei? Normal, danke. Große oder kleine Tasse? Groß. Mit oder ohne Milch? Mit Milch und Zucker, bitte. Zucker oder Süßstoff? Nein, danke. Ich möchte Zucker. Möchten Sie gleich zahlen oder erst später? Lieber sofort. Bar oder mit Karte? Sagen Sie, ist das hier ein Kaffee oder eine Quizshow? Übung 1b Bewegung und Stillstand von Elke Erb Kommt man mit der S-Bahn von Mahlsdorf über Kaulsdorf und Biesdorf nach Friedrichsfelde-Ost, sieht man zwischen Biesdorf und Friedrichsfelde-Ost links immer diese Neubauten, aus deren Hunderten Fenstern, aus deren Hunderten Fenstern man die S-Bahn zwischen Biesdorf und Friedrichsfelde-Ost vor sich sieht. Übung 3 Schwierige Entscheidung von Paul Mahl Ein Maulwurf und zwei Meisen beschlossen zu verreisen. Nach Salzburg oder Gießen. Ob sie dabei zu Fuß gehen sollen oder aber fliegen wollen, das müssen sie noch beschließen. Die Ameisen von Joachim Ringelnatz In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. Übung 3 In unserer Sendereihe Geschäftsideen stellen wir Ihnen heute Frau Bachmann aus Jena vor. Guten Morgen, Frau Bachmann. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Guten Morgen und vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Frau Bachmann, Sie haben vor zwei Jahren einen Sprachenservice gegründet. Woher hatten Sie die Idee? Wissen Sie, viele Menschen arbeiten mit Texten und haben internationale Kontakte. Sie haben meistens wenig Zeit und sprechen ein bisschen Englisch, aber oft keine anderen Fremdsprachen. Und Sie selbst? Ich habe in der Schule Russisch, Englisch und Latein gelernt und dann Englisch, Spanisch und Germanistik in Rostock studiert. Was genau bietet Ihre Firma als Service an? Wir schreiben formelle Briefe auf Deutsch, zum Beispiel an Versicherungen und Ämter. Wir machen Übersetzungen auf Russisch, Spanisch, Englisch und Deutsch. Wir helfen Studenten und Studentinnen bei der Korrektur von Masterarbeiten und Dissertationen. Wir dolmetschen auf Messen und machen manchmal für Firmen Broschüren auf Englisch, Spanisch oder Russisch. Das Textdesign macht ein Informatikstudent für uns. Wissen Sie, es gibt mittlerweile viele kleine Firmen in Thüringen, die jetzt mit internationalen Firmen zusammenarbeiten. Gibt es auch Nachfrage nach anderen Sprachen? Ja, wir hatten schon Fragen nach Rumänisch oder Lettisch. Manchmal tauschen wir Aufträge mit anderen Agenturen, die Spezialisten mit anderen Sprachkenntnissen haben. Und seit einem Jahr haben wir auch eine chinesische Mitarbeiterin. Wie sind Sie denn auf die Idee mit dem Sprachenservice gekommen? Nach dem Grundstudium in Rostock habe ich ein Masterstudium in Deutsch als Fremdsprache in Jena abgeschlossen. Zuerst wollte ich in Integrationskursen für Migranten arbeiten. Aber bei den meisten Instituten hat man nur wenige Stunden bekommen und die Stunden waren nicht gut bezahlt. Man bekommt auch nur die Unterrichtsstunden bezahlt. Es gibt keinen Urlaub und bei Krankheit bekommt man kein Geld. Man hat praktisch nie Feierabend, weil man den Unterricht vorbereiten muss. Okay, jetzt ist meine Arbeitszeit auch lang. Aber ich bin mein eigener Chef. Das klingt gut. Schönen Dank und alles Gute für Ihre Firma, Frau Bachmann. Übung 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Und Arme dazu. Babbabb, mehr Hüfte. Ja, gut. Lange Arme. Übung 2b. Interview 1. Ulf, du läufst Marathon. Wie viele Kilometer sind das? Das sind genau 42,195 Kilometer. Boah, das ist aber viel. Wie oft trainierst du in der Woche? In der Vorbereitungszeit so zwischen drei bis vier Mal pro Woche. Und wie viele Kilometer läufst du dann? Im Schnitt zwischen 70 und 80 Kilometer pro Woche. Wow, das ist viel. Was war denn deine beste Zeit beim Marathon? Das war letztes Jahr beim Berlin-Marathon. Drei Stunden und 31 Minuten. Und was war dein schönster Marathon? Das war der New York City Marathon 2004. Interview 2. Jens, in deiner Freizeit gehst du gerne Sumba tanzen. Du siehst eigentlich gar nicht so aus. Was gefällt dir an Sumba? Sumba ist eine Mischung aus Salsa und Aerobik. Die Musik ist super, meistens Latino-Rhythmen. Und man macht Sumba in der Gruppe. Man merkt gar nicht, dass man Sport macht. Jede Stunde ist wie eine Party. Und man kann auch noch abnehmen oder sich fit halten. Und wie oft in der Woche trainierst du? Zweimal. Am Donnerstagabend und am Samstagmittag. Aha. Und wo kann man Sumba lernen? Ich gehe in einen Kurs im Fitnessstudio. Interview 3. Ping, dein Hobby ist Wandern. Das ist nicht gerade typisch für eine Chinesin, oder? Nein. Ich habe dieses Hobby erst in Deutschland entdeckt. Aber ist Wandern nicht ziemlich langweilig? Nein, gar nicht. Ich bin gerne in der Natur, in den Bergen. Ich kann mich entspannen und viele neue Sachen entdecken. Ich bin ja nicht so schnell unterwegs wie mit dem Auto oder der Bahn. Wann gehst du wandern? Meistens am Wochenende. In der Woche muss ich zur Uni oder mich auf die Seminare vorbereiten. Gehst du allein? Nein, mit Freunden. Das ist immer lustig. Wie oft geht ihr wandern? Ein- oder zweimal im Monat. Wir wandern dann so drei bis vier Stunden. Das sind oft 15 oder 20 Kilometer. Übung 6. Dialog 1. Was machst du so in deiner Freizeit? Sport. Aber nicht aktiv. Am liebsten sehe ich mir Fußballspiele im Fernsehen an. Und du? Ach nee. Nur Fernsehen ist mir zu langweilig. Ich treffe mich lieber mit Freunden in der Sporthalle. Wir spielen Basketball. Manchmal auch Volleyball. Dialog 2. Hast du ein Hobby? Ja, Ballett. Ich mag Bewegung und klassische Musik und gehe zweimal in der Woche zum Balletttraining. Und du? Ein Mann mag Ballett. Super. Ich interessiere mich mehr für Tiere, vor allem für Pferde. Ich freue mich schon auf meine nächste Reitstunde am Dienstag. Übung 1. Dialog 1. Hallo Holger. Wie war dein Wochenende? Geht so. Ich hatte ein Spiel. Und? Wie war's? Furchtbar. Eine Katastrophe. Wieso das denn? Erzähl mal. Wir haben 0 zu 5 verloren. Echt? 0 zu 5? Wie peinlich. Ja, und das gegen den FC Schwabhausen. Das gibt's doch gar nicht. Dialog 2. Guten Morgen, Frau Bauer. Na, Sie sehen aber erholt aus. Danke. Ich war ja am Wochenende auch in München. In München? Nicht schlecht. Ja, wir waren auf dem Viktualienmarkt, in der Frauenkirche und natürlich im Biergarten. Herrlich war das. Oh ja, das glaube ich gerne. Aber am besten hat mir der Englische Garten gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Und bei dem Wetter, wie schön. Ja, aber zwei Tage sind für die Stadt viel zu wenig. Das stimmt. Übung 2. Was ist das? Ich rede. Du redest. Er redet ständig. Sie redet. Sie redet laut. Sie redet sehr laut. Wir reden. Ihr redet auch. Sie reden. Alle reden. Wovon? Von nichts. Ich rede. Du redest. Er redet ständig. Sie redet. Sie redet laut. Sie redet sehr laut. Wir reden. Ihr redet auch. Sie reden. Alle reden. Wovon? Von nichts. Es ist eine Party. Übung 3b 1 Aua! Ich habe mich geschnitten. 2 Iiii! In meinem Bett ist eine Spinne! 3 Mist! Jetzt ist die Vase kaputt! 4 Oh! Was ist das denn? 5 Juhu! Wir haben im Lotto gewonnen! Übung 5 Das Haus Gehen Hören Das Handy Die Ruhe Ohne Der Hund Abholen Übung 2 Interview 1 Hallo! Wir machen eine Umfrage zum Thema Internet. Darf ich fragen, ob Sie einen Internetanschluss haben? Ja, haben wir. Gut. Dann möchte ich gerne wissen, ob Sie auch über das Internet einkaufen. Ja, manchmal schon. Ich habe schon Bücher und DVDs über das Netz bestellt. Ah ja. Und waren Sie zufrieden mit dem Kauf? Absolut. Es gab keine Probleme, so wie im Geschäft auch. Ich finde es sehr praktisch, wenn man wenig Zeit hat oder etwas im Ausland bestellt. Interview 2 Entschuldigen Sie bitte. Kann ich Ihnen ein paar Fragen zum Thema Internet und Online-Einkauf stellen? Ja, warum nicht? Mich interessiert, ob Sie schon einmal etwas im Internet gekauft haben. Ja. Zum Beispiel hat mir ein Freund den Tipp gegeben, dass man im Internet billige Flüge buchen kann. Also habe ich einen Flug nach Oslo gesucht und gebucht. Er war schon billig, aber es gab Probleme. Wirklich? Darf ich fragen, was passiert ist? Na ja. Ich musste am Check-in für den Koffer extra Geld bezahlen. Im Flugzeug gab es nur Getränke, die man extra bezahlen musste. Die waren sehr teuer. Am Ende war der ganze Billigflug gar nicht mehr so billig. Ich kaufe nichts mehr online ein. Interview 3 Hallo. Haben Sie vielleicht kurz Zeit für ein Interview? Ja, okay. Haben Sie schon mal was im Internet gekauft? Tja, also ich kaufe sehr oft über das Internet. Vor allem Sachen für meinen PC, Software und so. Und häufig auch CDs oder Filme. Online-Einkaufen ist also ganz normal für Sie? Total. Wissen Sie, ich bin Informatiker. Ich bestelle sogar Lebensmittel für meine Mutter über das Internet. Auch alle meine Reisen buche ich online. Es geht eben schnell und ist sehr bequem. Übung 3 Surfen Surfen Mailen Googeln Posten Liken Posten Bloggen Bloggen Simsen Simsen Skypen Übung 3b Kuckuckuck Guten Morgen. Mein Name ist Schneuder. Ich habe vor zwei Tagen eine neue Kuckucksuhr bei Ihnen gekauft. Die möchte ich reklamieren. Hier ist der Kassenzettel. So? Warum? Ist die Uhr kaputt? Nein, die Uhr geht genau. Aber der Kuckuck. Was ist mit dem Kuckuck? Der Kuckuck sagt nichts. Das ist ganz normal. Ein Kuckuck sagt nichts. Ja, aber das ist doch eine Kuckucksuhr. Natürlich. Was haben Sie denn gedacht? Der Kuckuck singt auch nicht. Der ist kaputt. Hier steht, dass ich sechs Monate Garantie habe. Ein Kuckuck singt nicht. Die Garantie ist für die Uhr, aber nicht für den Kuckuck. Das ist ja unglaublich. Der Kuckuck funktioniert nicht und ich möchte mein Geld zurück oder die Uhr umtauschen. Hören Sie, das geht leider nicht. Geben Sie uns die Uhr mit dem Kuckuck und wir reparieren beide. Aber die Uhr ist gar nicht kaputt. Nur der Kuckuck. Dann gehen Sie doch zum Tierarzt. Übung 2b Guten Tag. Was darf es sein, bitte? Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Gerne. Darf es schon was zu trinken sein? Ja, einen Apfelsaft und ein alkoholfreies Bier, bitte. Kommt sofort. Hab ich einen Hunger. Ach, und ich erst. Was nimmst du? Steak. Das Rumpsteak mit Grilltomate und eine Gulaschsuppe. Und du? Ich weiß noch nicht. Hmm, vielleicht das Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat. Und noch ein Dessert? Vanilleeis mit heißen Kirschen, oder? Nein, das ist zu süß. Ich möchte lieber den Apfelstrudel. Ich nehme das Vanilleeis mit heißen Kirschen. Herr Ober, bitte. Übung 4 Haben Sie schon gewählt? Ja, ich hätte gern ein alkoholfreies Bier und das Rumpsteak mit Grilltomate. Und vorher eine Gulaschsuppe, bitte. Für mich das Wiener Schnitzel mit Salat und noch einen Apfelsaft, bitte. Kann ich vielleicht Pommes frites statt Kartoffelkroketten haben? Aber natürlich. Übung 6 Tschechische Skifreunde Frische chinesische Schrimps Schweizer Schokoladenstatistik Österreichische Skischule Portugiesische Schrimps Portugiesische Spezialitäten Schwedische Schneeschuhe Tschechische Skifreunde Frische chinesische Schrimps Schweizer Schokoladenstatistik Schweizer Schokoladenstatistik Schweizer Schokoladenstatistik Österreichische Skischule Portugiesische Spezialitäten Schwedische Schneeschuhe Übung 1c Dario, du hast gerade deine Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie beendet. Wo hast du die Ausbildung gemacht? Bei einer Restaurantkette, die man überall auf der Welt findet. Viele Restaurantketten bieten Ausbildungsplätze an. Was musstest du in der Ausbildung tun? Kochen. Aber ich habe auch viel im Service gearbeitet, also Gäste beraten und bedient, Produkte bestellt, die Produktqualität kontrolliert und an der Kasse gearbeitet. Ich war auch im Büro. Da habe ich dann das Marketing kennengelernt, bei einer Produktpräsentation geholfen und Abläufe organisiert. Wie lange ist so eine Ausbildung? Drei Jahre. Und es hat alles super viel Spaß gemacht, weil man jeden Tag etwas anderes tun muss. Planung und Organisation sind genau mein Ding. Das macht mir Spaß. Und? Auf die Organisation eines Restaurants möchte ich mich spezialisieren. Übung 2b Anneliese, wie hast du deinen Mann kennengelernt? Ich habe Werner 1968 kennengelernt. Eine Freundin hat mich zur Silvesterparty im Ballhaus mitgenommen. Ich habe mich mit ihm sofort gut verstanden. Er war so sympathisch. Und ich habe mit ihm die ganze Nacht getanzt. Eigentlich war es lieber auf den ersten Blick. Und wie ging es dann weiter? Wir haben uns dann gleich für das nächste Wochenende verabredet. Wir waren in der Stadt und haben die neueste Beatles-Platte gekauft. Werner war, wie ich, Beatles-Fan. Wir haben alle Platten gesammelt. Mit ihm konnte ich stundenlang Musik hören. Und wann habt ihr geheiratet? 1970. Unsere Freunde haben uns Karten für ein Beatles-Konzert geschenkt. Das war damals etwas ganz Tolles. Danach hatten wir aber nicht mehr so viel Zeit für Konzerte, weil wir drei Kinder hatten. Die haben uns aber auch viel Freude gemacht. Mit ihnen und den sieben Enkeln haben wir unseren 40. Hochzeitstag in unserem Ferienhaus in Italien gefeiert. Übung 3 Der schöne 27. September von Thomas Brasch Ich habe keine Zeitung gelesen. Ich habe keiner Frau nachgesehen. Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet. Ich habe keinem einen guten Tag gewünscht. Ich habe nicht in den Spiegel gesehen. Ich habe keinem über alte Zeiten gesprochen. Und ich habe nicht über mich nachgedacht. Ich habe keine Zeile geschrieben. Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht. Magazin Rosha Domacina Hol mich nicht ab, wenn ich komme. Steh nicht auf dem Bahnsteig. Geh mir nicht entgegen. Lass dich nicht küssen. Sag nicht, wir fahren, wohin du willst. Steig nicht im erstbesten Hotel ab. Sieh mich nicht dauernd an. Bleib nicht eine ganze Stunde da. Stammle nicht, du müsstest heim. Renne nicht vor mir her. Dreh dich nicht um. Heb nicht die Hand. Wink mir nicht zu. Fahr nicht. Magazin Herbstmorgen in Holland Von Erich Fried Die Nebelkuh am Nebelmeer Mut Nebelmeer Mut Nebelmeinem Bahngleis her. Nicht neben. Denn wo Nebel fällt, Wird auch das N zum L entstellt. Herbstmorgel Lull weiter Lull weiter Lull weiter Lull Die Lebelwelt So bill ich Ältlich Kolsequält Und sage Lichtmeer Nebel Lull Lebel Magazin Lass uns reisen Von Günter Kunert Die Lokomotiven Die Züge Warten Lass uns reisen Berge und Seen Vergangenheit Und Gegenwart Wald und Sumpf Träume und Leben Unaufhaltsam Ziehen vorbei sie Lass uns reisen In Gewissheit Wo wir auch anlangen Liegt das Ziel Schon hinter uns Studio 21 A2 Das Deutschbuch Kursbuch CD 2 Übung 1 Frank und Jessica Ihr seid vor zwei Monaten Vom Land in die Stadt gezogen Wie geht's euch so in Stuttgart? Total gut In Stuttgart ist immer etwas los Auch abends und am Wochenende Es gibt viele kulturelle Veranstaltungen Theater Kino Festivals Letzte Woche wollten wir ins Kino gehen Und konnten uns kaum für eines entscheiden Weil das Angebot so groß war Ja Und wenn wir abends unterwegs sind Brauchen wir oft kein Auto mehr Wir fahren S- oder U-Bahn Das Netz ist gut Spätestens alle 10 Minuten Kommt eine Bahn Auf dem Land war das schon schwieriger Da konnte man ohne Auto gar nichts machen Ich bin zum Beispiel zur Arbeit nach Stuttgart gefahren Und stand fast jeden Tag im Stau Das nervt und kostet viel Geld Weil das Benzin dauernd teurer wird Leider gab es keine andere Möglichkeit Weil die Busverbindungen so schlecht waren Stimmt Jetzt können wir das Auto eigentlich verkaufen Darüber müssen wir nochmal reden Schatz Nein im Ernst Wir sparen schon Geld und Zeit Naja so viel auch wieder nicht Weil in Stuttgart die Miete für unsere Wohnung viel höher ist Und die Wohnungssuche war ein echtes Problem Jetzt wohnen wir in einem Mietshaus Unsere Nachbarn ziehen ein und aus Die kennen wir gar nicht Das ist nicht so persönlich wie auf dem Land Ach, das finde ich nicht so schlimm Und die Hausordnung sagt Zwischen 1 und 3 ist Mittagsruhe Also keine Musik, kein Lärm Auf dem Land durften wir Musik machen Wann und so laut wir wollten Das heißt, ihr vermisst das Landleben? Nö, ich nicht Ich schon, ein bisschen Zum Beispiel einen großen Garten zum Grillen Das war auf dem Land doch ganz schön, oder? Übung 2a 1 Stadt In einer Stadt Sie wohnt lieber in einer Stadt 2 Mensch Ein Stadtmensch Sie ist nämlich ein Stadtmensch Sie ist nämlich ein Stadtmensch Sie ist nämlich ein Stadtmensch 3 Schon Schon lange weg Er wollte schon lange weg aus der Stadt Zu volle Straßen 4 Zu viele Menschen Zu volle Straßen Und zu schlechte Luft 5 Selbstständig Arbeitet selbstständig Er arbeitet jetzt selbstständig 6 Stelle Eine Stelle Er hat eine Stelle gefunden Übung 2b Übung 2b Ja, grüß dich Gott Wo bist du gwer? Ich bin zum Bäcker gegangen ein Brezger kaufen Er hat aber keine Gäte Hast du Hunger? Willst du einen Äpfel? Oder gehen wir nun da in die Stadt und essen was? Haja, gehen wir Übung 2 Die Waldimmobilien Guten Tag Sie sprechen mit Frau Kleiber Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Frau Kleiber Mein Name ist Thomas Pirold Ich habe die Anzeige in der Stuttgarter Zeitung gelesen und interessiere mich für die Wohnung Wie groß ist denn die Wohnung? Das war die Zwei-Zimmer-Wohnung, oder? Ja, genau Die Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss Also Zwei Zimmer, Küche, Bad und Sonnenterrasse 65,5 Quadratmeter insgesamt Aha Und liegt die Wohnung zentral? Ja, schon Man braucht zu Fuß circa 10 oder 15 Minuten zum Hauptbahnhof und in die City Ist es eine Altbau-Wohnung? Nein, kein Altbau Hat die Wohnung auch einen Keller oder gibt es einen Fahrradraum? Mhm, ein kleiner Kellerraum ist dabei, da können Sie Ihre Fahrräder abstellen Oh, das ist gut Wie hoch sind denn die Nebenkosten? Äh, 235 Euro, inklusive Heizung und Warmwasser Aha Also, für mich klingt das alles sehr interessant Und, ähm, sind Haustiere erlaubt? Wir haben da nämlich eine Katze Eine Katze ist sicher kein Problem Oh, prima Wann können wir uns denn die Wohnung ansehen? Ich kann diese Woche immer nach 16 Uhr Da kann ich Ihnen den Donnerstag anbieten Donnerstag um 16.30 Uhr Treffen wir uns direkt an der Wohnung? Ja, gerne Wie ist denn die genaue Adresse? Hegelstraße 47 Bitte klingeln Sie bei Brossmann Okay, vielen Dank, Frau Kleiber Bis Donnerstag Bis Donnerstag, Herr Pirold Auf Wiederhören Übung 1a Dagmar, es wird ernst In einer Woche ziehen wir um Ja, aber wir haben auch schon viel gemacht Komm, wir gehen mal schnell die Checkliste für den Umzug durch Den LKW haben wir gemietet Da ist alles klar, oder? Ja, und die Parkplätze vor dem neuen Haus und hier habe ich reserviert Aber was fast noch wichtiger ist Hast du schon den Babysitter angerufen? Nein, das muss ich noch machen Aber Ella, Ben, Felix und Dominik habe ich angerufen Sie helfen uns beim Umzug Haben wir eigentlich genug Umzugskartons? Nein, die muss ich noch im Baumarkt kaufen Das mache ich heute Nachmittag Prima Ich habe nämlich schon viele Sachen sortiert Kleidung, Schuhe, Bücher und so weiter Einiges können wir aber auch wegwerfen Gut, das müssen wir dann nicht verpacken Für die Babysachen brauchen wir ein paar Extrakartons Die habe ich schon gepackt, kein Problem Also, ich finde, wir haben schon ziemlich viel gemacht Übung 2c Mensch, Dagmar, das ist ja ein Riesenpflaster Was hast du gemacht? Ist das beim Umzug passiert? Ach, das sieht schlimmer aus, als es ist Ha, das sagst du jetzt? Ich habe gerade Bücher eingeräumt Ja, und ich wollte nur unser Geschirr auspacken Leider war ein Teller kaputt Ich habe nicht aufgepasst Und da habe ich mich geschnitten Es hat ziemlich stark geblutet Ich musste die Wunde reinigen Na, Dagmar, ein Glück, dass Jens dabei war, oder? Klar doch, Sibylle, das war richtig gut Und noch besser Wir hatten sogar Pflaster und Salbe in der Hausapotheke Alles also nur halb so schlimm Übung 5a Übung 2a Übung 1b Ich liebe Kultur Und ich reise sehr gern Besonders gern besuche ich Kulturhauptstädte Warum? Weil es dort viele Veranstaltungen und Projekte gibt Ich war schon 1985 in Athen dabei Und auch 1986 in Florenz Da war ich 15 bzw. 16 Jahre alt Besonders spannend waren auch Berlin 1989 So kurz vor dem Fall der Mauer Und Dublin 1991 Als ich im Jahr 2000 in Krakau war Habe ich mich sofort in die Stadt verliebt Ja, wo war ich noch? Das sind so viele Städte Ich bin ein großer Portugal-Fan Dort habe ich alle Kulturhauptstädte besucht Und ich erinnere mich noch gut an Istanbul, Tallinn und Maribor Das waren meine letzten Reisen Europa ist schon sehr spannend Übung 2b Ich war heute mit Adja in Weimar unterwegs Sie hat mir die Stadt gezeigt Und wir hatten sehr viel Spaß Nach dem Frühstück im Hotel Elefant Sind wir gestartet Wir waren nicht am Kranachhaus Wir hatten ja nur wenig Zeit Wir sind also gleich zur Anna-Amalia-Bibliothek spaziert Vorbei an der Hochschule für Musik Franz List Heute hatten wir aber frei Wir sind also nicht in die Hochschule gegangen Wir sind im Park bis zum Shakespeare-Denkmal spaziert Aber dann hat es geregnet Und wir sind schnell zum Beethovenplatz bis zum Goethehaus gegangen Da waren wir zwei Stunden Die Bauhaus-Universität und das Listhaus haben wir nicht besucht Schade, aber es war ja schon 14 Uhr Und wir wollten noch ins Schillerhaus gehen Danach haben wir noch einen Kaffee getrunken Und ich bin zurück ins Hotel gegangen Das Nationaltheater haben wir auch nicht gesehen Aber wir haben ja Karten für heute Abend Da läuft Faust Übung 2D Die Anna-Amalia-Bibliothek ist fantastisch Das Haus gibt es seit 1691 Also über 300 Jahre Dort waren bis zum Umzug in ein neues Haus Circa eine Million Bücher Zum Beispiel Werke von Goethe, Shakespeare Und sogar eine Lutherbibel aus dem Jahr 1534 Auch das Goethe-Haus ist sehr interessant Das Haus gibt es seit 1707 Goethe hat dort 50 Jahre lang bis zu seinem Tod 1832 gelebt Natürlich hat er auch viel in diesem Haus gearbeitet Und er hat oft interessanten Besuch Zum Beispiel Friedrich Schiller Heute kann man 18 Räume mit originalen Möbeln besuchen Und auch Goethes Sammlung ansehen Natürlich möchten viele Besucher das Arbeitszimmer sehen Das Wohnhaus von Schiller war auch sehr interessant Im März 1802 hat Schiller das Haus gekauft Und Ende April 1802 ist er mit seiner Familie eingezogen Im Haus kann man sich über Schillers Leben und Arbeit informieren Ich war in seinem Arbeitszimmer und habe nur gedacht Hier hat er Wilhelm Tell geschrieben Fantastisch! Übung 4a Deutsches Nationaltheater Weimar, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich möchte gerne wissen, ob Sie für 19.30 Uhr noch Karten für Faust haben? Ja, haben wir da Es gibt aber nur noch wenige freie Plätze Das ist kein Problem Ich brauche nur zwei Karten In welcher Reihe ist noch etwas frei? Im Parkett Reihe D Ja, das ist gut Dann reservieren Sie mir bitte zwei Plätze Was kostet das? Bekommen Sie eine Ermäßigung? Ermäßigung? Studenten und Schüler bekommen die Karten preisgünstiger Oh, für mich ohne Ermäßigung bitte? Die zweite Karte ist mit Ermäßigung Dann macht das 66 Euro Auf welchen Namen soll ich reservieren? Alexander Karpov Bitte? Wie war Ihr Nachname? K-A-R-P-O-W Kann ich die Karten an der Abendkasse abholen? Ja, aber bitte kommen Sie bis Viertel nach sieben, Herr Karpov Mach ich! Vielen Dank! Auf Wiederhören! Gern geschehen! Einen schönen Abend und auf Wiederhören! Übung 6a 1 Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 2 Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 3 Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 4 Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 1. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. 2. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. 3. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. 4. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Übung 1a Entschuldigen Sie, wo ist denn der Bäcker? Ja, früher gab es hier einen Bäcker. Jetzt ist hier ein Obstladen. Der Bäcker hat zu. Sagen Sie, ich wollte einkaufen. Wo ist denn der Supermarkt? Früher war hier der Supermarkt, ja. Heute ist hier eine Bank. Sie müssen jetzt geradeaus weitergehen und dann... Sagen Sie, ich wollte Blumen kaufen. Wo ist denn der alte Blumenladen? Früher gab es hier einen Blumenladen, das ist richtig. Heute ist hier aber ein Kiosk. Sie gehen am besten immer... Entschuldigen Sie, war das nicht einmal ein Wohnhaus hier in der Marienstraße 15? Das stimmt. Früher gab es hier ein Wohnhaus. Jetzt ist hier ein neues Hotel. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Hier war doch immer eine Kneipe. Sie meinen den Irish Pub. Ja, ja. Damals gab es den hier. Aber jetzt ist das ein Café. Wir haben vier Leute gefragt, was sind sie heute von Beruf? Was wollten sie früher werden? Daniel, wie ist das bei dir? Ich wollte eigentlich Biologe werden, weil mich Biologie interessiert hat. Dann habe ich aber studiert und bin Lehrer geworden. Das wollte ich früher nie, weil meine Eltern Lehrer waren. Und du, Maria? Ich wollte eigentlich Tierärztin werden, so wie meine Mutter. Dann habe ich aber Germanistik studiert und jetzt arbeite ich als Redakteurin bei einer Zeitung. Hermann, wie war das bei dir? Ich wollte als Kind Pfarrer werden, weil ich dachte, da muss man nur am Sonntag arbeiten. Dann habe ich aber Geschichte studiert und bin Lehrer geworden. Und du, Christina? Ich wollte als Kind immer Lehrerin werden. Jetzt habe ich einen eigenen Buchladen. Ich bin gerne selbstständig, weil ich nicht gerne für andere arbeite. Übung 4 In 99 Träumen wächst die Zeit noch auf Bäumen. Frauen kauen Kaugummis Graue Autos laufen laut Übung 1 Könnten Sie mal die Tür aufmachen? Können Sie mal die Tür aufmachen? Kann ich Sie morgen zurückrufen? Kann ich Sie morgen zurückrufen? Der Platz ist noch frei, oder? Der Platz ist noch frei, oder? Kannst du mich bitte morgen anrufen? Kannst du mich bitte morgen anrufen? Übung 6 Tag, Stadtwerke Bochum GmbH. Sie sprechen mit Frau Nolte. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Hier ist Karlbach. Könnte ich bitte mit Herrn Bach sprechen? Tut mir leid. Herr Bach ist in einer Besprechung. Kann ich Ihnen helfen? Ich wollte wissen, ob meine Bewerbung schon angekommen ist. Oh, das weiß nur Herr Bach. Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Wann kann ich bitte morgen anrufen? Bitte, Herr Bach, sprechen. Die Besprechung dauert bis ca. 15 Uhr. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Nein, danke. Ich rufe dann nach 15 Uhr noch einmal an. Auf Wiederhören. Übung 4a Mensch, Ella, so viele Geschenke. Respekt. Von wem ist die Uhr? Von wem ist denn die Uhr? Na, von Swatch? Nee, ich meine nicht die Firma. Ich meine, wer dir die Uhr geschenkt hat. Ist die von deinen Eltern? Ach so, ja. Die ist von meinen Eltern. Die passt supergut zu meiner neuen hellblauen Jeansjacke. Die ist auch von Ihnen. Ja, stimmt. Und von wem ist die große Tasse mit den Blumen? Von meiner Tante Dörte. Ich mag sie ja sehr. Aber bei ihr weiß man nie, was man bekommt. Zum letzten Geburtstag waren es Socken mit einem Weihnachtsmann drauf. Dann ist bei ihren Geschenken immer ein Witz dabei. Das ist doch cool. Dann ist das gelbe T-Shirt mit dem Teddybären auch von ihr? Ja, das ziehe ich zum Schlafen an. Kein Problem. Da ist doch die Tasse viel besser. Aber sag mal, seit dem letzten Sommer ist doch deine Luftmatratze kaputt. Ja, und die neue hier ist echt cool. Neongrün und aus einem weichen Stoff außen. Von wem ist die? Von Adrian. Ah, vom schönen Adrian. So, so. Übung 2a Übung 3 Was schenkst du, Beate, zum Geburtstag? Weiß ich auch noch nicht. Wollen wir etwas zusammenschenken? Das neue Buch von Donnerleon? Wie langweilig! Wie wär's mit einer CD oder einer schicken Sporttasche? Gute Idee! Übung 1b Wir haben fünf Europäer und Europäerinnen nach Osterbräuchen in ihrem Land gefragt. Viele Leute in Italien machen mit der Familie oder mit Freunden am Sonntag einen Ausflug. Beim Picknick essen wir die Ostertorte. Das ist ein salziger Kuchen mit Spinat und gekochten Eiern. Bei uns in Bern kommen am Ostersonntag alle auf den Marktplatz und schlagen ihre bunten Eier zusammen. Das Ei, das nicht kaputt geht, gewinnt. Bei uns in Tschechien färben und bemalen die Mädchen und Frauen die Ostereier. Am Ostermontag gehen die Männer auf dem Land von Haus zu Haus und singen Osterlieder. In Griechenland feiern wir Ostern eine Woche später als in Deutschland. Am Freitag feiern wir eine Messe. Alle bringen weiße Kerzen mit. Am Sonntag haben wir eine Familienfeier und wir essen Lamm. Bei uns in Huelva gibt es in der Heiligen Woche Prozessionen mit prächtig geschmückten Figuren. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Alle machen mit. Übung 3b Das ist echt eine Überraschung. Wow, ja, finde ich auch. Igitt, ist das eklig. Iiiiih! Stimmt, das ist echt eklig. Ich bin stinksauer. So ein Mist. Sei nicht sauer. Warum bist du so wütend? Wahnsinn! Toll, klasse! Das ist ja super. Ich freue mich für dich. Ich bin so traurig. Sei nicht traurig. Das tut mir ehrlich leid. Übung 4a Vorsichtig gießt Lilly Wasser in ein Glas. Dabei hält sie prüfend einen Finger hinein. Ich begleite dich noch bis zur Fähre. Und worüber weißt du, dass ich dich mitnehme? Die beiden schmunzern. Die Kellnerin kommt. So, einmal. Und für sie. Sie serviert. Entschuldigung, könnten Sie uns bitte sagen, wie das Essen liegt? Die Kellnerin schaut verständnislos. Bitte? Wenn Sie sich vorstellen, der Teller ist eine Uhr. Auf welchen Zahlen liegt dann das Essen? Jakob runzelt die Stirn. Also, äh, die Kartoffeln auf drei. So, zehn vor drei. Die Erzen... Sie dreht den Teller. ...auf sechs. So, zwanzig nach... Na, warten Sie, warten Sie so. Zwanzig. Fünfundzwanzig. Nach sechs. Vorsicht, nach fünf. Entschuldigung. Lilly? Ja? Ich glaube, sie könnte Jugendliche schließen. Bist du was? Rita, kommst du mal bitte? Ja. Verwirrt geht die Kellnerin zum Tresen. Juxen auf halb sechs. Lächelnd nickt Lilly. Ja? Übung sieben. Zuerst das rechte Auge auf. Dann das linke Auge auf. Und die Nase hoch. Den Mund runden. Jetzt das linke Auge zu. Und das rechte Auge zu. Und die Ohren hoch. Und lachen. Guten Morgen. Übung 9b Als Bühnenbildner habe ich richtig viel zu tun. Hier in dieser Szene muss ich ein Zimmer bauen. Und das Zimmer muss zu Hilmir passen. Ich lege also viele Zeitungen und Bücher auf den Tisch und ins Regal. Ich stelle eine große Vase und auch drei, vier Bilder auf den Boden. Ich hänge eine moderne Lampe an die Decke und hänge auch verrückte Bilder an die Wand. Und sehen Sie hier, da liegen Briefe auf dem Boden. Das finde ich gut. Hilmir hat auch einen Hund. Der liegt hier auf dem Sofa und schläft. Und dort steht ein Computer auf dem Schreibtisch. Ich will auch, dass viele Bücher im Regal liegen. Hilmir liest sehr viel. Und man sieht auch viele Fotos. Hier hängt eins an der Wand. Und hier hängt eins an der Wand. Übung 2 Nette, du hast vor einigen Jahren Deutsch als Fremdsprache studiert. Was hast du dann gemacht? Ja, dann brauchte ich natürlich Arbeit. Und dann habe ich in der Zeitung Anzeigen aufgegeben. Eigentlich in verschiedenen Zeitungen. Und habe Anrufe erhalten. Und so habe ich meine Schüler bekommen. Teilweise haben Schüler abgesagt, weil ich blind bin. Das habe ich dann auch immer schon am Telefon gesagt. Und teilweise haben sie auch abgesagt, vielleicht weil sie keine Zeit hatten oder sich für einen anderen Kurs entschieden haben. Aber es kamen einige Schüler zusammen, die ich unterrichtet habe. Wie sieht der Alltag in deinem Kurs aus? Der Kurs beginnt um 9 Uhr. Und wenn alle da sind, fangen wir an mit einem Aufwärmgespräch. Jeder erzählt irgendwie ein besonderes Ereignis vom Vortag. Und aktuell haben wir halt gerade die WM. Alle Fußballspiele natürlich, das ist so unser Thema. Woher kommen deine Kursteilnehmer? Meine Kursteilnehmer kommen aus Algerien, Eritrea und Pakistan. Sind sie blind? Und Kosovo habe ich vergessen. Zwei sind sehbehindert. Das heißt, die schreiben ganz normal mit einem Kuli oder mit einem dicken Filzstift. Aber sie brauchen größere Schrift, wie die Schlagzeile in einer Zeitung. Und drei sind blind, die arbeiten mit Preilschrift. Hier steht eine Maschine auf deinem Kurstisch. Was ist das für eine Maschine? Das ist eine Maschine, mit der man Preilschrift schreiben kann. Du hast mir vor unserem Gespräch über deine Hobbys erzählt. Welche Hobbys hast du? Ich lese sehr gern. Ich gehe gern mit dem Hund spazieren. Ich genieße gerne die Sonne im Garten. Jetzt gerade. Aber so mein wichtigstes Hobby ist Musik. Ich spiele irische und schottische Folkmusik. Und spiele als Instrument Tin Whistle und Low Whistle. Das sind irische Flöten. Wie wichtig ist für dich der Computer? Sehr wichtig, weil ich mit dem Computer natürlich für meine Schüler täglich die Materialien herstelle. Dann geht natürlich fast die ganze Post über Computer. Ich habe ziemlich viel Kontakt, privat und dienstlich, im In- und Ausland per E-Mail. Ich hole mir sämtliche Informationen für den Beruf, aber eben auch privat aus dem Internet. Und kann mir natürlich Bücher einscannen und andere Dokumente. Übung 4 Heute machen wir die berühmte Sacher-Torte. Das ist gar nicht so schwer. Zuerst die 200 Gramm Kochschokolade im Wasserbad schmelzen und leicht abkühlen lassen. Die flüssige Schokolade mit 150 Gramm Butter schaumig rühren. Danach 180 Gramm Zucker und 5 Eigelb dazugeben. Die 150 Gramm Mehl mit einem Teelöffel Backpulver mischen und unter die Masse rühren. Dann 5 Eiweiß zu festem Schnee schlagen und unterheben. Den Teig in eine Springform geben und bei 180 Grad eine Stunde backen. Wenn der Kuchen kalt ist, einmal durchschneiden und den Boden mit Marillenmarmelade bestreichen. Den Deckel auflegen und zum Schluss mit Kuvertüre überziehen. Guten Appetit! Übung 5 Guten Abend! In unserer Reihe Neue und alte Berufe geht es heute um einen Traumberuf vieler ganz junger Hörer. Den Lokomotivführer. Hören wir also mal in den Alltag von Ann-Kathrin rein und fragen Sie, wie sie zu dem Beruf gekommen ist. Hallo! Ich bin Ann-Kathrin. Ich habe eine Ausbildung zur Eisenbahnerin im Betriebsdienst gemacht. Jetzt arbeite ich als Lokomotivführerin und fahre Lokomotiven der Baureihen 296 und 295. Der Beruf hat mich schon als Kind interessiert. Meine Eltern hatten auch noch andere Ideen. Aber dann habe ich im 9. Schuljahr ein Praktikum bei der Bahn gemacht und danach wollte ich unbedingt diese Ausbildung machen. Die Ausbildung für den Lokführerberuf dauert drei Jahre. An zwei Tagen in der Woche geht man in die Berufsschule. Drei Tage lernt man im Betrieb. Manchmal gibt es Blockunterricht. Der Arbeitstag für Lokführer im Bahnbetrieb beginnt schon früh, meistens um 6 Uhr. Lokführer ist nicht gerade ein typischer Frauenberuf. Wir haben Ann-Kathrin auch nach ihren Erfahrungen mit den Kollegen gefragt. Na ja, am Anfang war das schon ein bisschen komisch. Die waren skeptisch, ob das so klappt mit einer Frau. Auch gerade, weil man körperlich arbeitet und schwere Metallteile hebt. Aber dann haben sie gemerkt, dass ich das gut kann und dass mir das auch Spaß macht. Seitdem sind wir ein echt gutes Team. Hören Teil 1 Guten Tag, hier Firma Petersen. Ihr Auto ist fertig. Sie können es heute noch abholen. Bitte beachten Sie, dass wir um 13 Uhr eine Stunde Mittagspause haben. Die Kosten betragen 225 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Auf Wiederhören! Bitte hören Sie den Text noch einmal. Guten Tag, hier ist die Firma Computerservice. Sie haben bei uns einen Computer zur Reparatur abgegeben. Das Gerät ist fertig. Sie können es abholen. Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr. Der Preis für die Reparatur ist 124 Euro. Vielen Dank. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Hallo, Eva. Immer dieser Anrufbeantworter. Hier ist Alexandra. Du, Eva, wir wollen doch heute Abend ins Kino. Ich habe Karten reserviert. Der Film fängt um 20 Uhr an. Wir müssen die Karten aber bis 19 Uhr an der Kasse abholen. Kannst du das machen? Ich kann erst kurz vor 8 da sein. Danke und bis später. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Hallo Nadja, hier ist Lea. Am Samstag ist doch das Sommerfest bei uns im Garten. Getränke und Essen haben wir schon gekauft. Aber könntest du Musik mitbringen? Am besten auf CD? Sonst haben wir alles. Pauline bringt auch ein paar Spiele mit. Bis Samstag. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Berger. Gundula Groß von der Firma AllTouristic. Frau Berger, wir hatten doch am nächsten Montag einen Termin für Ihr Vorstellungsgespräch. Leider ist Herr Lebach, unser Personalleiter, am Montag auf Geschäftsreise und kann erst am Mittwoch wieder da sein. Könnten Sie am Mittwoch, dem 23. September um 13 Uhr vorbeikommen? Danke für einen Rückruf. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Hören Teil 2 Und hier das Wetter. So langsam geht der heiße Sommer zu Ende. Nach den starken Gewittern der letzten Tage wird das Wetter ruhiger. Es wird aber nicht mehr so heiß. Mit Temperaturen von 20 bis 25 Grad am Tag und 15 Grad in der Nacht können wir endlich wieder gut schlafen. Und hier die Verkehrsmeldungen. Vorsicht auf der A3 Frankfurt-Köln. Es liegen Reifen und Baumaterial auf der Straße. Auf der A5 Heidelberg-Darmstadt. Zwischen Heppenheim und Benzheim fahren Radfahrer auf der Autobahn. Bitte fahren Sie vorsichtig. A45 Gießen Dortmund. Hier geht nichts mehr. Nach einem Unfall steht der Verkehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren die Fragen unseres Gewinnspiels. Wenn Sie mitmachen möchten, jetzt schnell anrufen. 069 für Frankfurt und danach die 153 3512. In unserer Sendung Neues aus der Arbeitswelt sprechen wir heute mit Frau Naumann, die einen ganz neuen Beruf gefunden hat. Früher war sie Verkäuferin, aber als ihre Firma zugemacht hat, hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Heute macht sie Musik und gibt Musikunterricht. Musik Das waren die Nachrichten. Es ist 13.10 Uhr. Es folgt unser Hörspiel für die Kleinen. Der Räuber Hotzenplotz. Um 13.45 Uhr dann Musik aus aller Welt. Die nächsten Nachrichten hören Sie um 15 Uhr. Hören Teil 3 Unsere Kollegin Frau Schmidt telefoniert gerade. Sie zeigt Ihnen später aber alles genau. Ja, ich habe schon einige Fragen. Vielleicht gehen wir erst einmal die Treppe nach unten. Hier hinter der Glastür ist unser Lager. Dort stehen auch unsere Kopierer. Wenn Sie etwas kopieren möchten, fragen Sie einfach Herrn Dornbach. Er zeigt Ihnen alles. Jetzt nehmen wir hier den Aufzug in den ersten Stock. Hier sind unsere Computerräume. Und neben den Computerräumen finden Sie das Sekretariat und unser Schreibbüro. Im zweiten Stock sitzt unser Chef. Hier ist auch die Personalabteilung. Und über dem Chefbüro im dritten Stock ist unser Betriebsrestaurant. Das ist täglich zwischen 9 und 10 und 13 und 15 Uhr geöffnet. Wenn Kunden bei mir unten am Empfang sind und ich Ihnen etwas anbieten möchte, muss ich dann immer ins Restaurant? Was mache ich, wenn es geschlossen ist? Nein, das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben unten im Haus auch eine kleine Teeküche. Dort können Sie immer Kaffee und Tee kochen. Ich zeige Ihnen den Raum später, wenn wir wieder unten im Lager sind. Er ist direkt gegenüber. Fahren wir jetzt mit dem Aufzug wieder nach unten. Dort zeige ich Ihnen noch unsere Werkstatt. Sie gehen über den Kundenparkplatz und sehen die Werkstatträume sofort. Ich habe am Eingang unten noch ein kleineres Haus gesehen. Gehört das auch zu den Werkstatträumen? Nein, das Gebäude steht noch leer. Das wird unser Konferenzzentrum. Aber es ist noch nicht fertig. Wir denken, dass wir es im Herbst eröffnen können. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.